Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude, willkommen zu einer Folge Minecraft Masterbilders auf gommahd.net zusammen mit Nord-Ecken. Ja, leider. So, ich denke, die Begeisterung ist zu spüren. Ihr seht, hier ist sehr viel los in Masterbilders. Hier sind zehn von zwölf drin, das passt perfekt. Ich habe Günther gezwungen, mit mir aufzunehmen. Ja, übrigens, ich heil gerade bei mir mal wieder, das ist richtig angenehm. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. Ich habe vergessen, mein Mikrofon wieder lauter zu stellen. Weil ich habe gesehen, in der letzten Aufnahme war ich ein bisschen leise, oder? Äh, ja, kann sein. Ich habe gerade auch dich mal lauter gestellt, als in der letzten Aufnahme. Hoffentlich ist es nicht zu laut, aber naja, mal sehen. Ja, werden wir sehen, das Spiel beginnt. Jetzt können wir für einen Begriff... Ah, cool, dass man sogar auswählen kann. ...Elefant oder Scope-Creeper. Übrigens, ich fall gerade aus der Welt. Ich auch. Ah, gut. Ah, ich habe auch Elefant gewählt. Ja, ich auch. Sehr gut. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab Essen, ich hab Essen, hier ist, ich habe Essen. Bleib stehen, ich will dein Essen. Stimmt dann wirklich, dass einfach zu wenig Zeit... Mh, lecker war. Eigentlich ja nicht mal mehr Zeit als auf dem Heim. Ja, aber es hat immer... Oh, das ist doch sicher, das ist eindeutig. Puh, oder Fernsehen? Aber ich find Baum jetzt nicht so interessant. Hey Junge, ich hab für Baum gestimmt, weil das ist ein Baum. Oh, das ist doch sicher. Oh, das ist doch sicher. Wir haben das immer wohl. Bei meinem passt das einfach nicht. hallo wir sind gerade noch in einer runde wir haben das tolle thema kuh ich habe was viel besser ist nein stimmt bei thema flasche habe ich ja nicht erst ist das ein schwein oder eine kuh aber irgendwie sieht es geil aus ja weil es wieder mein kopf das ist cool aus das ist nicht mein kopf spielt ja auch mein platz nein auch gar nicht weil man gesichter machen darf da würde ich das auch machen ich hab essen ja ein gesicht wer was für ein spiel oder was was ich schon mal die pate ein ok ok ich bin dann in der runde ich lade jetzt nicht ein ich kann mich auch spekthelten ich bin euch nachgesprungen guck dir dieses tolle bauwerk an das sieht geil aus obwohl das gesicht von dir das gesicht ist nicht von dir günther nein meins ist hässlich so die hat gesagt dass ihr das scheiß ist oder liegt ein haufen scheiße und alter das ist cool so sag ich schon amazing es gibt kein amazing du haufen scheiße opfer ich finde das sieht glücklich aus vor allem der scheißhaufen gefällt mir was stimmt ist eigentlich okay das ist ein chameleon übergewichtiges ja ne ich glaube da kommt sogar meins rein ah ja t-rex triffts auch ganz gut ich hätte nur eine kuh machen sollen für meine idee hätte ich viel länger zeit gebraucht also bei meiner idee keine angst du wirst sowieso vor mir landen was ich will immer zu viel machen und dann wird es am endeffekt scheiße ich habe gerade gedacht dass das gewonnen hat ohne witz warst du das leander nein nein weil du gerade schon so betont hast weil du gerade schon so betont hast ja ne ich will immer zu viel ne ach geil geil tisch geil ich glaube die leute bitte mal einfach groß bauen und nur wenig bauen und dafür schön weil ich glaube das kommt besser an wenn man schön baut und dafür wenig holzt das ist gut wegt ihr mich eigentlich als geist was ne nö und ich bin auch froh drum alt hier steht ein schild aber man kann keine schilder beschreiben aber an sich von dir nein das ist ein kalt das wusste ich vorher ich finde es eigentlich ich gebe ein gut ich mag das man hat die zitzen das ist ganz gut das traurige ist die sind alle so gut und gleich kommt meins und alle denken sich ey fick dich niemand will deins das ist deins was ist das für ein gesicht er ist sogar ein melkstand die idee finde ich gut aber die idee ist gut aber die die kuh vor allem sieht die aus als wäre das hier nicht herrisch als ein rentier alter milka ja milka ich wollte eigentlich eine kuh machen die gerade gemolken wird ich hätte aber ich hätte aber nur eine kuh machen sollen milka hoffentlich kommt kuh irgendwann nochmal damit ich beweisen kann ich auch kühle machen kann ja ja meine milka kuh nummer 1 alter ist die geil das ist die beste aber ne ne meins war das beste da sind wir uns einig wann kommt denn da? meins war doch gerade die lila ne ach so ich hab den titel für den aufnahm alter mann du bist über mir so dann war es das mit dieser folge minikraft masterbilders ich hasse euch alle bis zum nächsten mal tschüss